Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Karma. Ja, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich bin nämlich im Hintergrund noch am Uploaden. Ähm, ja. Aber ich meine, am Aufnehmen an sich dürfte es nicht liegen, nur an Serververbindung halt. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es feststellen. Ähm, ja, ich habe... ...dachte zumindest, dass ich schon aufgenommen hätte, weil ich war kurz noch online... ...ich bin halt noch kurz hier rumgelaufen. Wie ihr seht, unsere Spitzhacker hat jetzt hier, ähm... ...die Verzauberung Moss noch bekommen. Weil ich noch ein bisschen was abgebaut hatte. Okay, ich lege mich zu Tode hier. Aha. Okay, auf jeden Fall... ...ist das Ganze ziemlich laggy. Naja. Geht mehr schlecht als recht, aber okay. Weil da hinten war ein Dungeon... ...mit... ...acht... ...mit mehreren Spawnern. Hier. Jede Menge Zombie-Spawner. Die können wir später gut gebrauchen. ...dum, dum, 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 dum. Hier. Und jede Menge Muscobblestone. Und währenddessen hat er dann die Verzauberung bekommen. So, ich wollte mir aber... Wo sind denn die Pattern hin? Äh... ...ah, da. Obwohl es geht eigentlich. Hätte auch schlimmer sein können mit den Legs. So, die brauche ich. Den Schaufelkopf. Damit ich ein bisschen besser da zurande komme. So, Part-Bilder. Woraus machen wir denen dann? Den Schaufelkopf. Ähm... ...bam, bam, 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 bam. Gute Frage. Nächste Frage. Ja, ich denke mal, wir werden erstmal bei Stein bleiben oder geben... Ah, wir können auch Flint theoretisch machen. Wir brauchen noch einen Stick, der ja wahrscheinlich auch da drin war. Ja, da. Okay. Part-Bilder. Zack, zack. Nicht Shift-Klicken, sonst ist mein ganzer Flint weg. Dum, dum, dum. Jawohl. 171 Schaltbarkeit. Passt. So, weil da hinten war so ein großes Gebäude mit Spawnern und allem drum und dran. Das dachte... Wie gesagt, ich dachte, ich hätte mit auf... Wäre schon am... Die Aufnahme wäre gestartet, aber ist er nicht. So. Ah ja, wir wollten ja den Grundriss jetzt erstmal aufzeichnen. Bei wie viel waren wir jetzt hier? So, 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okay. Das heißt, wir müssen hier noch ein ganz anderes Stück rein. Okay, ich hoffe, dass es jetzt hier keine Bugs gibt, hier Soundbugs, weil irgendwie meint mein Rechner derzeit ein bisschen rumspinnen zu müssen und nicht die Sounds so machen zu wollen, wie ich das will. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3... 1, 2, 3... Und dementsprechend wird der Turm ziemlich groß, aber es sind nicht 50 mal 70 der komplette Turm, sondern... Ich habe da noch ein bisschen anders dann optisch geplant und so. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, und ich bin wieder so dumm und weiß nicht, wie viel wir hatten. Ich glaube, wir waren da bei 40 oder so. Aber ich gehe nochmal auf Nummer sicher, indem ich nochmal nachzähle. So, also 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, okay. 55 bis hierher. So, 55 bis dahin sind wir hier bei 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70. Im Ernst? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, well done. Alles klar. Okay. Bis hierher also. So, das heißt, wir müssen jetzt 50 in die Richtung. Was noch ein gutes Stück Arbeit erfordert. Also auch noch eine gute Strecke ist. Ich glaube, ich hätte mehr Erde mitnehmen sollen. Hm. Ja gut. Ich meine, an Erde soll es uns nicht mangeln hier. Wir müssen eh hier noch einiges terraformen. So, alles klar. Das sollte jetzt vorerst reichen. Um hier die Grundmauer... Äh, den Grundriss fertig zu ziehen. An Erde. Weil das Erde ist jetzt gerade nur Füllmaterial. Okay. So, auch ab hier 1, 2, 3, 4, 5. So, Fackel. Oh, dum, dum, dum. Geh weg, du blöder Piepmatz. So, wollen wir mal gucken. Bei wie viel sind wir? Wir sind bei über 25 schon, auf jeden Fall. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, das macht dann nach Adam Riese. Wie viel? Können eigentlich noch keine 50 sein. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, aber fast. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das müssten demnach 50 sein. Wenn ich mich jetzt hier nicht wirklich total verrechnet habe. Ja. So, okay. Mitten hier durchs Wasser durch. Wird es schon wieder dunkel? Oh mein Gott, ey. Wie schnell die Zeit vergeht. Das heißt, dass man schon wieder... Aber die Zeit geht... Hier wird schneller dunkel. Was soll denn der Käse? Greer. So. Müssen wir nachher noch auf Nummer sicher gehen. Und zwar von der Hauskante aus. 25 müssten ja das dann genau sein. So. So. Wie ich das mit diesen Blumen hasse, ne Leute? Ganz im Ernst. Dann den ganzen Weg hier mit Cobblestone. Hä? Wo kommt denn die Erde auf einmal her? Scheiße. Oha. Da hat es scheinbar geleckt zwischendurch Sodass der Cubble Stone hier nicht platziert wurde Hier, dahin Das ist schon zu weit Ah, Schaufel kaputt Schaufel So, alles klar Oh, da ist Quarz Das ist interessant Alles klar, das ist unser Grundlayer Ich hoffe zwar, dass ich mich hier jetzt nicht groß verzählt habe So, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Alles klar Und hier müssen wir auch noch die Fackeln setzen Wegen Fackeln halt Und dann geht es ans Eingemachte Mit Terra Mit ein bisschen hier Anpassung So, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ich glaube ich höre auf laut zu zählt oder ich glaube das geht euch einfach nur am keks perfekt alles klar so das heißt jetzt muss der innenbereich hier angepasst werden aufgefüllt an manchen stellen weggenommen hallo mr enderman vor allen dingen die quicksand hier raus sonst irgendwo quicksand ich hoffe nicht leck 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 ja ok ich sollte mal das wasser hier wegnehmen boah jetzt ist aber gut hier mit dem rumgelegge so ok ok scheinbar habe ich hat sich der meine internetverbindung gerade wieder ein bisschen eingekriegt noch mal repair drauf gekriegt cool damit haben wir schon repair 2 so damit haben wir den brunnen ach quatsch so die erde packen wir mal hier rein den quicksand alles so was wir gerade nicht brauchen einfach jetzt erstmal in die kisten und mal unsere schaufel reparieren fangen wir nämlich hier hinten an fangen wir nämlich hier hinten an und da geht unsere haltbarkeit wieder so jetzt ist die frage genau ich muss hier alles auf diese höhe hier bringen und zwar anständig so dass keine löcher sind außer dass ihr jetzt das kann ich nicht das loch hier kann ich nicht verhindern außer indem ich hier ein bisschen genauer zu baue blöde blume dann donc So, zack. Ich meine, das ist eine Menge Arbeit, dieses Feld jetzt hier anzupassen, aber das gehört nun mal dann bei so einem größeren Bauprojekt dazu. Apropos, F7. Dann können wir hier drin auch mal ein paar Fackeln planten. So an den Stellen, wo wir schon was geändert haben. Und ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder um. Es ist auch schon wieder Nachtzeit. Oh. So, ja ihr Lieben, die Folge ist um. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben das Grundprinzip, also die Grundsache haben wir hier abgesteckt. Und der Rest wird in den nächsten Parts folgen. Das heißt, wie gesagt, die nächsten Parts dreht sich darum, hier alles anzupassen, sodass das hier eine Ebene ergibt. Und ja. Dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Minecraft Karma das Babylon Projekt. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank.